Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Streamland 2. Wir sind in einer weiteren Welt Level 6 Cloudy Park. Und Eule und Fisch. Ja, okay. Schauen wir uns einfach mal an, was man hier machen kann. Und jetzt sind es schon 6 Türen. Es wird immer mehr. Au. Au. Au, ja. Ich hab's doch beim letzten Video schon immer hin. Muss ich dann immer wieder reinrennen? Geduldiger sein, Nightwear. War das gerade eine Erdbeere, die mich kaputt gemacht hat? Das sah gerade so aus. Ach du Scheiße. Die Level werden ja immer bekloppt. Im Moment komme ich noch ganz gut ohne zusätzliche Kräfte aus. Mal sehen, wie lange sich das so hält. Oder was man hier als Haustier bekommt. Aua, das ist halt weh. Wir nennen dich irgendwie... Wir nennen dich... Wir nennen dich... Irgendwie... Wir nennen dich... Okay, dann sind wir schon mal tot. Ich hasse dich, Meck. Fisch, Meck. Ich brauch dich nicht. Nicht hier. Dummes Fischvieh. Kann man sich noch so ein langweiliges Haustier halten? Kann man sich noch so ein langweiliges Haustier halten? Nee. Warum schimpfe ich so über Fische? Ich hatte selber mal ein kleines Aquarium und die Viecher stinken einfach nur. Das ist nicht fies ausgedrückt von mir. Das ist wirklich so... Ich habe das Aquarium sehr häufig sauber gemacht. Aber trotzdem. Yay! Spring! Nicht hoch genug. Nein. Ich werde an diesem Let's Play bestimmt noch eine ganze Weile hängen. Bin mir schon fast sicher. Dann fokke ich auch noch eine gute Bilge. Ich bin einfach nur gefordert. Dann fokke ich weil... Ich war schon sehr gut... Oh, ich weiß nicht. Ich bin einfach sogar noch ein bisschen so über das Litter. Wieso kämpfte man hier die erste Litter? Nein! Aha! Wir haben noch ein... ...ein Leben bekommen! Wow! Ich bin auf Blitzer! Und das ist ein Haustier! Ich glaub nicht! Nein! Aua! Wow! Wow! Verdammt arg! Ah! Die Levels sind aber auch fies, ey! Wir sind mal ganz oben gelandet! Ja! Fein! Mann! Wieso sind die Levels so fies zu mir? Ich mag dieses Spiel eigentlich! Ihr seid doch alle fies! Ja! Töne. Töne! Ja! Töne! 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 Mit der Pitstopp macht das relativ viel Spass, kann man nur hoffen, dass es so bleibt. Mit der Pitstopp macht es so bleibt, dass es so bleibt. Mit der Pitstopp macht man nur außen rum, kann das sein? Ja, wir haben es geschafft. Nein! Okay. Okay. Einfach nur durch. Wir wollen es einfach jetzt schaffen. Nein! Verdammt nochmal! Ich will ja nicht dauernd sterben! Scheißdreck! Okay. Okay. Ich nehme jetzt das. Okay. 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 Und raus. Und hoch. Yes! Entschuldige, dass ich die letzte Zeit so ein bisschen still war, aber ich wollte es einfach nur noch schaffen. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.